Die Neustarts im Oktober. Wo andere aufhören, fangen diese Männer erst richtig an. Ich kann's kaum erwarten. Holzfäller extrem. Viele unserer Kollegen sind nicht mehr am Leben. Mythbusters. Oh mein Gott! Invasion der Tintenfische. Er hat mich ins Gesicht gebissen. 3, 2, 1, Zündung! Im Namen des Vaters und des Sohnes. Amen! Das ist nicht mein Problem, denn jetzt geh ich wieder. Geh ich wieder! Geh ich wieder! Der Oktober auf DEMAX.